. 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 Helena! . . Warte, warte. Hatte ich dich nicht schon getötet? . Nein! Ich bin der Maximal, der dir deinen Spark rausreißen wird. Da bin ich aber gespannt. Töte sie. Eraser, nein! Ich kann es nicht mehr länger unterdrücken. Kämpfe dagegen an. Denkt immer an unseren Schwur. Primal, wie hoch der Preis auch sein mag. Ich kann es nicht aufhalten. Eraser, nein! Primal! Es ist schon gut. Duis! Primal! Wie hoch der Preis auch sein mag. Sieh mich an, Elena, sieh mich an. Geht es dir gut? Scourge hat den Schlüssel. Wer seid ihr? Und warum sucht ihr den Schlüssel? Yo, Donkey Kong! Weg von meinen Freunden! Mirage! Keine Sorge, hab alles im Griff. Bruder in Gefahr! Bruder in Gefahr! Hey, 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 hey! Nicht so schlimm! Ei, ei, ei! Hey! Hierher, Mieter-Käptchen! Bleibt so weg! Ich sage es kein zweites Mal. Nein! Ihr alle! Hört auf! Eraser! Primal! Ich dachte, du wärst tot. Ihr alle! Die anderen... ...sind sie. Ich bin als einzige noch überheben. Prime. Die sind meine Gefährten, die Maximals. Rhinos. Cheeto. Entschuldige, dass ich dir Angst gemacht habe. Angst? Bitte! Ich hab keine Angst! Das ist nur Bruder, äh! Und unser Anführer. Optimus Primal. Optimus Primal? Benannt nach dir. Dem legendären Krieger von Cybertron. Es ist eine Ehre. Eraser, ich freue mich, dich zu sehen, alte Freundin. Aber dass du andere herbringst, war nicht Teil unseres Plans. Ich fürchte, du bringst schlechte Nachrichten. Scourge ist hier auf der Erde. Er hat uns gefunden. Und er hat die Hälfte des Schlüssels. Wir müssen die zweite Hälfte vor ihm finden. Aber sie war nicht in der Höhle. Sie war dort. Aber wir haben sie später an einen sicheren Ort gebracht. Wo ist sie jetzt? Kommt mit mir. Ja. Ja. Das sieht nicht gut aus. Wenn Scourge dich berührt, bleibt einmal zurück. Aber das wird schon wieder. Einer, zwei, drei. Jetzt geht es los, Pau. Komm, wir müssen uns bald. In Deckel. Wie fahrt ihr einer meinen Elf? Einen Kampf willst du? Sollst du kriegen. Der gehörte mir. Nööö. Es landen noch mehr Feinde. Wir werden nicht mehr lange sicher sein. Haben wir den Schlüssel? Du musst ihn an dich nehmen. Verstecke ihn gut, damit der Unicron niemals in die Hände fällt. Aber Aeplink, wir können kämpfen. Nein, den Transwarp-Schlüssel zu beschützen ist alles, was zählt. Geh, nutze ihn zur Flucht. Was wirst du tun? Ich halte ihn auf und verschaffe euch Zeit. Dann bleibe ich bei dir. Das ist mein Kampf. Hör zu. Wenn Unicron diesen Schlüssel hätte, dann könnte er ein Portal durch Raum und Zeit öffnen und keine einzige Welt wäre mehr vor ihm sicher. Jetzt ist es, an dir die Maximals anzuführen. Optimus Primal. Du bist also der große Krieger dieses Planeten. Du hast so eine wunderschöne Welt. Gesegnet mit einer Fülle an Leben. Köstlich. Mein Meister ist hungrig. Gib mir den Transwarp-Schlüssel und er wird deine Heimat verschonen. Lieber sterben wir, als ihm andere Planeten zu opfern. So sei es. Einer der Vorzüge, wenn man dem allmächtigen Unicron dehnt. Die lernen nie dazu. Es ist zu spät, Kölsch. Dein Meister wird für immer in dieser Galaxis gefangen sein. Nein. Sein Opfer wird unser Schwur sein. Den Schlüssel zu bewahren, wie hoch der Preis auch sein mag. Den Schlüsseltery Das war eine große Herausforderung. Die Golden State